Alexa, öffne die Tür. Ich habe den Fauxmor ESP-Sketch so umgeschrieben, dass ich per Sprache ein Relais schalten kann, welches nach kurzer Zeit wieder stromlos wird. Wenn ich sage Alexa, Tür auf oder Alexa, öffne die Tür, dann wird die Lampe namens Tür eingeschaltet. Ich habe mir für das Projekt ein kleines Gehäuse gedruckt, damit der Mikrocontroller, Relais und Kabel nicht so unschön rumhängen. Das Gehäuse ist genauso breit wie die Gegensprechanlage. Als erstes habe ich die Blende der Gegensprechanlage abgenommen, um zu sehen, wie diese aufgebaut ist. Nach ein wenig Suchen habe ich dann den Verdrahtungsplan gefunden. Und dann sieht man auch schon einen Schalter mit der Bezeichnung ÖT. ÖT steht hier für zusätzlicher Türöffner-Taster und genau dieser wird benötigt. Also muss das Relais einfach nur den Pin 2 und Pin 3 verbinden. Die Programmierung. Ich schreibe jetzt also folgendes. Wenn das Relais eingeschaltet ist, dann warte drei Sekunden und schalte es aus. Anschließend sende diese Information an Alexa.